Horoskop für heute, Zwillinge, 15. September 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Es kann heute zu einigen Fehltritten bei der Kommunikation kommen, aber diese können zu einem schönen Durchbruch führen, der hilfreich und ermutigend ist. Über ein Problem zu sprechen kann sehr nützlich sein. Mit den heutigen Energien kann das Suchen oder Teilen von Führung eine wichtige Rolle spielen. Sie sind unglaublich empfindsam, insbesondere in Bezug auf Emotionen. Sie können sich zwischen Ihrem echten Bedürfnis nach etwas Selbstbeobachtung und Ihren sozialen Anforderungen oder Neigungen etwas hin- und hergerissen fühlen. Es kann jedoch besonders lohnend und sogar wertvoll sein, Dinge zu klären und Entscheidungen in Bezug auf persönliche oder familiäre und häusliche Angelegenheiten zu treffen. Sie sind sich Ihrer Gefühle besonders bewusst, können jedoch ein angemessenes Maß an Objektivität bewahren, und es können sich Gelegenheiten ergeben, eine Bindung zu jemand Besonderem aufzubauen. Lassen Sie die guten Zeiten rollen. Mit Jupiter in Ihrem Sternzeichen befinden Sie sich in einer der glücklichsten Zeiten Ihres Lebens. Unser großer Wohltäter wird alle grundlegenden Eigenschaften, die Sie verkörpern, verstärken. Als eines der geselligsten Sternzeichen der Welt zeigt dies, dass die Menschen diese Stimmung annehmen und in ihr Privat- und Liebesleben integrieren. Paare haben vielleicht mehr Spaß, wenn sie ihren Schatz mitbringen, um sich mit ihren Freunden zu treffen und auszugehen, während Singles durch ihre Bekannten wunderbare neue Möglichkeiten kennenlernen können. Manche Singles stellen vielleicht sogar fest, dass ein Nachbar oder Freund perfekt dazu passt. Ehren Sie Ihre innere Stärke. Oberflächlich betrachtet wirken Sie vielleicht unbeschwert, schelmisch und locker. Tief im Inneren haben Sie so viel mehr zu bieten, was zum Vorschein kommen könnte, wenn der Mond im Steinbock im Sextil zu Saturn im rückläufigen Sternzeichen Fische steht. Sie haben die Chance, in Ihrer Karriere aufzustarben. Vielleicht haben Sie das Zeug zu einer Beförderung oder Sie könnten es auf sich nehmen, mehr Autorität zu übernehmen. Obwohl das aufregend ist, müssen Sie Ihre innere Stärke und Ihren Mut finden, um diese Chance wahrzunehmen. Zeigen Sie Ihren Kollegen, dass Sie ein ernsthafter Kandidat sind. Ihr Abenteuer lustiger Geist erforscht gern, besonders, da Ihr Kopf heute voller neuer Ideen sein könnte. Denken, reden, bewerten, träumen, das ist es, was Sie gerne tun, und diese Neigungen helfen Ihnen herauszufinden, wie Sie das Leid anderer lindern können. Um jedoch wirklich zu wissen, was andere fühlen, müssen Sie mehr beobachten als spekulieren. Um nicht von den Problemen und Herausforderungen überwältigt zu werden, mit denen andere an Sie herantreten, kann Ihnen die Verfolgung eines Kunstprojekts oder die Teilnahme an einer Musikgruppe helfen, ausgeglichen und geerdet zu bleiben. Sie müssen die Bemerkungen Ihrer Kollegen unbedingt berücksichtigen. Ihre Meinungen erweisen sich oft als sehr gewinnbringend für das Unternehmen. Darüber hinaus müssen Sie sich ab sofort auf unerwartete Situationen einstellen. Ihre instinktive Persönlichkeit und Kreativität sollten Sie nicht daran hindern, Verantwortung zu delegieren und sich an neue Situationen anzupassen. Sie befinden sich in einer Phase schwacher Schwingungen und das Einzige, was Ihnen helfen wird, die aktuellen Schwierigkeiten zu lösen, ist, ein sehr guter Zuhörer zu sein. Da der Mond seit Plutos Rückkehr letzte Woche zum ersten Mal Ihren Finanzsektor besucht, ist dies auch der erste Besuch seit der Ankunft von Mars in Ihrem Einkommenssektor. Dies ist ein erstes Anzeichen für einen Wettbewerb zwischen diesen beiden Finanzbereichen. Während Mars und Pluto zu weit voneinander entfernt sind, um eine direkte Verbindung herzustellen, dient der Mond als Brücke. Wenn dies zu finanziellen Spannungen führt, können diese leicht in Motivation umgewandelt werden, insbesondere wenn Sie Ihrem finanziellen Instinkt vertrauen. Der gestrige Abgang des Mondes aus Ihrem Beziehungssektor würde Sie immer emotional engagierter und aufmerksamer zurücklassen. Ein gewöhnlicher monatlicher Besuch und etwas, das alle vier Wochen geschieht, bietet eine wertvolle Gelegenheit, sich zu melden. Mit der Rückkehr von Venus, dem Planeten der Liebe, im nächsten Monat ist dies jedoch auch eine Gelegenheit, in die Zukunft zu blicken. Täglicher Planetenüberblick Heute bemerken Sie vielleicht, dass Ihr Kopf und Ihr Herz nicht ganz im Einklang sind, was zu einer leichten inneren Spannung führt, die Sie unsicher machen könnte, wo Sie stehen, insbesondere in Herzensangelegenheiten. Da der stoische Mond im Steinbock der romantischen Venus in der Waage gegenüber steht, ist es keine Überraschung, dass die Liebe ein wenig unsicher erscheinen könnte. Waren Sie schon einmal hin- und hergerissen zwischen dem, was Sie Ihrer Meinung nach tun sollten, und dem, was Sie tief in Ihrem Inneren fühlen. Dieses Hin und Her zwischen Logik und Emotion kann schwer zu bewältigen sein, aber hier ist der Silberstreif am Horizont. Diese Unsicherheit könnte eine Chance zum Wachstum sein. Auch wenn Sie sich in Bezug auf Ihr Liebesleben unsicher fühlen, ob Sie sich fragen, wo Sie mit Ihrem Partner stehen, oder sich Gedanken über Ihre romantischen Zukunftsaussichten machen, versuchen Sie, hoffnungsvoll zu bleiben und gleichzeitig eine realistische Perspektive zu wahren. Manchmal genügt ein ehrliches, offenes Gespräch, um Zweifel auszuwäumen. Hatten Sie schon einmal eines dieser spontanen Gespräche, nach denen Sie sich leichter fühlten, als wäre eine Last von Ihren Schultern gefallen? Dies könnte einer dieser Momente sein. Scheuen Sie sich nicht, heute über Ihre Gefühle zu sprechen, denn sich zu öffnen, könnte genau das Richtige sein, um die Ecken und Kanten der Unsicherheit zu glätten. Die positive Seite ist, dass alles andere in Ihrem Leben reibungslos zu verlaufen scheint. Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass sich Herausforderungen fast mühelos von selbst lösen und Sie das Gefühl haben, auf einer Welle des Glücks zu reiten. Dieses Gefühl der Leichtigkeit ist zwar wunderbar, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass nicht jeder Tag so mühelos sein wird, also machen Sie das Beste daraus. Wenn die Dinge nach Ihren Wünschen laufen, ist es der perfekte Zeitpunkt, um mit den Menschen in Kontakt zu treten, die Ihnen wichtig sind. Haben Sie bemerkt, wie sich Ihre Beziehungen verbessern, wenn Sie sich entspannt und offen fühlen? Verbringen Sie heute etwas Zeit mit Freunden und Familie. Diese Momente der Verbundenheit können Ihre Verbindungen vertiefen und Wärme und Positivität in Ihr Leben bringen. Der Teamgeist ist stark und Sie gehen mit gutem Beispiel voran. Indem Sie die Bedürfnisse anderer an erste Stelle setzen, fördern Sie ein Gefühl der Einheit und des gegenseitigen Respekts. Ob Sie zu Hause Streitigkeiten lösen oder einen Kollegen bei der Arbeit unterstützen, Ihr heutiges Handeln schafft Vertrauen und stärkt Bindungen. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie Menschen sich zu Menschen hingezogen fühlen, die mit Empathie führen? Das sind Sie gerade jetzt eine treibende Kraft, zu der andere aufschauen, wenn Sie Führung und Unterstützung suchen. Sie schaffen es nicht nur, die Dinge am Laufen zu halten, Sie sind erfolgreich und inspirieren andere, dasselbe zu tun. Behalten Sie diese Energie bei, denn sie ist ansteckend. Wenn es um Ihre Familie geht, haben Sie die Fähigkeit, einzugreifen und Konflikte mit Leichtigkeit zu schlichten. Ihre ruhige und fürsorgliche Art macht Sie zum perfekten Friedensstifter und die Menschen um Sie herum schätzen Ihre Bemühungen, Harmonie zu bewahren. Haben Sie jemals Trost in alten Familientraditionen oder Heilmitteln gefunden? Vertrauen Sie heute darauf. Manchmal können die einfachsten Gästen oder langjährigen Routinen ein Gefühl von Sicherheit und Trost vermitteln, nicht nur für Sie, sondern für alle Beteiligten. Was Ihre persönlichen Fähigkeiten angeht, sind Sie in einer starken Position, um alles zu erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Ob es sich um arbeitsbezogene Aufgaben oder persönliche Projekte handelt, Sie erledigen alles mit Effizienz und Anmut. Haben Sie bemerkt, dass die Leute eher bereit sind, mit anzupacken, wenn Sie sehen, wie engagiert und fähig Sie sind? Genau das passiert jetzt. Andere möchten gerne an ihrem Erfolg teilhaben und aufgrund der positiven Energie, die sie ausstrahlen, gibt es keinen Platz für Eifersucht oder Groll, nur gegenseitige Unterstützung und Freude.